KUTAN Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. KUTAN Immobilien. Am 23. September 2020 verlieh die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen in einer kleinen Feierstunde die 14. Hochschulmedaille an den langjährigen LUCOM-Geschäftsführer Michael Kottier. In seiner Begrüßungsrede lobte Hochschulpräsident Prof. Dr. Peter Mutra das enorme Engagement von Kottier. Er hatte immer ein offenes Ohr für die Belange der Hochschule, so der Präsident. Die Laudatio hielt Prof. Klaus Plettner. Er betonte, dass durch Kottier das Ansehen der Hochschule in Ludwigshafen und darüber hinaus enorm gesteigert wurde. Weitere Grußworte mit viel Lob für den geehrten, überbrachten Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg und Matthias Bergl von der IHK Tischrunde. Die Auszeichnung selbst bekam Michael Kottier aus den Händen von Hochschulpräsident Prof. Dr. Peter Mutra und Prof. Dr. Klaus Plettner, Dekan des Fachbereichs Marketing und Personalmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Michael Kottier selbst bedankte sich für die Auszeichnung und bei seinen Wegbegleitern und rief in seiner Dankesrede dazu auf, sich in der Gesellschaft für Ludwigshafen zu engagieren. Auf Wiedersehen.